Es ist Weltklasse Zürich, es sind immer Weltklasse-Athlete da. Das ist extrem cool. Am Start, wenn es dann wirklich laut wird, wenn der Name vorgestellt ist, dann weisst du dann später, okay, ich möchte hier schnell rennen. Das Problem spielt mir wirklich die Form und vor allem der Neuro-Lecher-Block. Ich probiere wirklich, extrem ruhig zu bleiben vor dem Start und langsam in die Startblock hinein. Und sobald der Startblock bleibt, probiere ich wirklich alles auszublenden. Als ich früher als Zuschauerin da war und den Athleten zugeschaut habe, wusste ich, sie sind immer Top-Top-Hot-Athlete. Und jetzt selber an dieser Start zu stehen, ist manchmal schon ein bisschen surreal. Wir sind sehr, sehr breit erfolgreich im Moment in den Schweizer Reichen Athleten. Es ist mega schön, dass wir wirklich mehrere Leute sind, die mehrere junge Leute, die große Ziel haben.